Video- und Audio-Mitschnitte sollen den AfD-Politiker Peter Büstron weiter belasten. Büstron steht unter Verdacht, er habe Verbindungen zu pro-russischen Kreisen und habe von ihnen auch Geld angenommen. Deutsche und tschechische Medien berichten jetzt von den Aufnahmen. Sie sollen belegen, wie Büstron Geld erhält. Im Mittelpunkt steht dabei der russlandfreundliche Internetportal Voice of Europe. Büstron bestreitet die Vorwürfe. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.